iu 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 bämbel muss frei sein für alle die neu auf dem kanal sind keine zerlegung ist vollständig ohne beißzange heute habe ich einen potenziell lebensgefährlichen dvd player auf dem tisch olaf hat mir den geschickt der war sogar noch original verpackt aber ich habe das unboxing das habe ich uns jetzt abgenommen weil ihr wisst ja keiner mag unboxings für das gerät gibt es einen rückruf und olaf hat es also nachlass und wurde darauf hingewiesen dass das vielleicht nicht so gut wäre es zu verkaufen in dem rückruf ist die rede von lebensgefahr und einem falschen bauteil und dann hat er irgendwie ich weiß gar nicht warum bei lebensgefahr denken die leute bei elektrischen geräten immer irgendwie an mich ich habe überhaupt keine ahnung warum gut dann werden wir jetzt mal der lebensgefahr lebensgefährlich zu leibe rücken was könnte mich denn erwarten hier drin in dem teilchen hier das geld ist schutzgasse zwei wie der amerikaner so schön sagt ist dating the obvious das heißt hier kommt natürlich netz spannung rein das ist hilfreich sonst geht nämlich gar nichts aber der rest des gerätes der muss gut isoliert sein gegenüber hier diesen metallteilen und hier auch gegenüber diesen chinspuxen weiter und die aufgabe dieses gerät ist es dann nachher genau das zu messen das klingt jetzt relativ einfach ist aber nicht so das heißt ich kann diesen meiner jungfräulichen stecker hier einfach reinstecken und dann nehme ich hier diese sonde ihrer metallteil ich gehe jetzt mal davon aus dass die alle auf gleichem potenzial sind das können wir dann später auch noch gucken ja und dann schalten waren halt mal ein nach no load das mag er immer nicht so wenn er keine load findet ich habe mir den spaß ein ich darf es nicht einschalten ist ja lebensgefährlich also isolation 19 mega ohm also reicht auf jeden fall jetzt wird er den liegt test machen das hat es auch nichts mit wiki zu tun oder so sondern das ist eben der strom ich da jetzt gleich an und das ist gut so also 0,10 milliampere ist im völlig grünen bereich das ist der strom den jetzt hier über das gehäuse auf pe ableiten kann oder andersrum ausgedrückt es gibt ja gehäuse also metallteile oder metallische geräte das wird schon aufgefallen wenn man die anfasst das kribbelt so ein bisschen und das hinterher ist ein ganz ganz komischen eindruck wo das herkommt da kommen wir dann nachher dazu wir schauen uns natürlich das gerät von innen an und gucken welches potenziell gefährliche teil da drin sein könnte aber ich nehme jetzt mal noch eine andere stelle zum testen zum beispiel hier eine metall schraube er macht zwei tests weil er pult einmal den stecker hier um in der dose weil das könnte andere ergebnisse haben auch da kommen wir dann später dazu also das ist in ordnung das einzige problem war man kannte das gerätchen mit dieser soft on off funktion nicht einschalten das ist nicht ideal zum testen aber immerhin jetzt darf natürlich die obligatorische warnung nicht fehlen netzspannung kann euch lebensgefährlich umbringen wenn ihr so ein gerät aufmacht können kondensatoren auch noch geladen sein nachdem ihr es wieder ausgesteckt habt das platzelt dann ganz gehörig ansonsten dürfte natürlich auch keine änderung an solchen geräten machen weil das ist dann irgendwann mit einer gewissen sicherheit nicht mehr lustig aber es wird euch keiner daran hindern bei solchen gerät mal reinzuschauen sie vorher auszustecken übrigens immer sicher sein das macht den richtigen stecker ausgesteckt hat das sind die besten sachen wenn man nachher denkt man hat irgendwas ausgesteckt ja und dann wisst ihr halt was der unterschied zwischen euch und dem pfannkuchen ist pfannkuchen ist mit zucker und zimt und ihr hängt dann im zimmer und zuckt ich hoffe mal dass man haupt was sieht nicht dass sie bloß irgendeinen komischen qualitätsmangel gefunden haben den wir nie reproduzieren können so das ist unerwartet übersichtlich sieht dass wir zum 3d druck also die offensichtlichen dinge zuerst hier geht es netzkabel rein hier ist die netzteil sektion das heißt gleich richtung diese diese wandlung dann und so weiter da schauen wir es rein weil ja dahinter kommt wahrscheinlich ein ziemlich sicher schutzkleinspannung raus dann haben wir ein bisschen elektronik analog und digital teil da sind übrigens wieder bembel denkt an mein video über den bembel um das euch zu erklären hier ist mechanik das ist die schublade transparent und so ist schon fast schade vorne bedienteil ja und hinten das kennt es noch jemand der gute alte kartstecker brutalo und ich mache das jetzt mal wie mein guter kollege dr holmes sherlock doktor professor da bin ich nicht sicher der mörder kann ja eigentlich nur in diesem bereich hier sein also erster verdächtiger ist immer dieser y-kondensator der entstört kondensator ich guck mal aber auch wirklich ein y-kondensator drin ist hier könnten krieg strecken im eimer sein zwischen denen dann könnte dieser übertrager hier schlecht sein und hier das sieht man auch hier ist die platine reingeklemmt müssen wir gucken wie groß der abstand hier zwischen dem metall und dem bereich hier ist die schrauben hier sind kein problem die maximale verbindung entsteht halt hier durch den entstört kondensator ich hoffe es stört euch nicht so arg wenn ich jetzt eine kleine werben pause einfüge denn dieses video wird wieder von pcbw unterstützt bis wir wisst ihr ja schon das ist eine möglichkeit für euch platinen machen zu lassen aber es sind ja nicht nur ganz einfach nur normale platinen ihr könnt auch flexible platinen für verschiedene anwendungszwecke machen lassen auch platinen für spezielle temperatur eigenschaften zb oder wenn euch das nicht reicht dann gibt es auch rigid flex platinen das ist eine kombination aus beidem und wenn er ganz hart drauf seid könnt ihr auch hf platinen bestellen also das heißt platinen mit speziellen gesicherten physikalischen eigenschaften die eben braucht wenn der hochfrequenz technik entwickeln wollte dafür hochfrequenz technik entwickeln wollt ich bedanke mich ganz herzlich bei pcbw für die unterstützung dieses videos schaut mal unten auf den link in der video beschreibung da reden wir später noch mal kurz drüber weil jetzt treibt mich gerade die neugier ein bisserl schauen wir uns einmal an eu 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 and we are out like in like flin klingt irgendwie besser so jetzt müssen wir mal genau gucken wo dieses wie dieses ding hier drin steckt quietsch rc5 weil das müsste man müsste jemand so ein adding creature machen so quietsch quietsch und hier noch mal quietsch quietsch da waren vorher auch löcher vorgesehen so das heißt hier und hier kommen die metall zungen vom gehäuse hin also wenn ich jetzt vermuten müsste dann ist hier der abstand das problem ich habe jetzt mal den mess schieber auf fünf millimeter eingestellt das sind ja so fünf millimeter und jetzt könnte es sein hier ist ja was abgeschnitten was haben sie da ist ja wir sollen sie etwas verlötet was nicht da ist da waren früher y kondensatoren vorgesehen noch mal zwei arm den störung zu verbessern ja ich mal es nachher auf und und jetzt vermute ich mal dass hier vielleicht irgendeine masse lasche vorgesehen ist und einige von euch haben sich jetzt tot gelacht weil selbst wenn das ding her verbindung hat ich simpel dann spielt das überhaupt keine rolle weil das ist ja hier quasi eine insel also reif für selbige ich lasse die theorie mal drin dann könnt ihr kommentieren aber schneller als ich das verworfen habt was mir jetzt hier noch auffällt ist sind hier diese unsauberkeiten hier die sich auch bewegen das ist nicht so richtig toll haben aber auch schon andere netzteilen gesehen ansonsten so als rein prinzipiell haben sie hier eine schöne isolationsschwelle gemacht die groß genug ist kann ich auch so mal sagen hier auch das ist der primärteil der gefährliche dann haben sie hier eine völlig ausreichende schicht zwischen beiden teilen hier hingesetzt sind teilweise die leiterbahn noch verzinnt das sieht alles für mich gut aus dann schauen wir auf seinen y kondensator eingebaut haben heute man muss man nicht zerstören das ist einfach was ganz neues und es werden sicher wieder einige gesagt haben ein löser pumpe blablabla ist auch für die der quatsch also dann zwei pro löser geschwind aus indem du ein paar mal hin und her macht und die lösstelle heißt macht das mache ich euch ja fast live und draußen ist er wo ist er denn der kleine so und das ist ein y kondensator wie er im buche steht alles in ordnung was könnte sonst noch sein es könnte hier die zug entlastung ein problem haben dass ich kabel aufschau scheuert wirkt jetzt für mich aber überhaupt nicht so der elko hier nein ist ja kein elko der entstör kondensator hier hat das richtige rating welche aufgabe hat er ja hier geht er die netzspannung rein dann geht sie durch die sicherung und hier haben wir den ersten entstör kondensator der ist eben zwischen l und n dann strom komplizierte drossel ich mache es dann nachher noch mal auf aber ich weiß ja schreib deine langweil viele von euch dann haben wir hier ja einen full bridge rectifier ja und hier es ist die rose entsprungen oder irgendwie sowas heißt doch das lied das haben sie auf den elko drauf gepackt are you crazy das ist ja hier eure last line of defense wenn es dem elko nicht mehr so gut geht dann fängt er hier an dazu hyperventilieren ja der aufkleber wird dadurch nicht halten aber da könnte eigentlich auch nicht hin meiner meinung nach irgendwie einen schaltregler alter schule der optokoppler dient der rückmeldung es haben ja einige von euch mal gefragt ja wie stellt mir die spannung einer bekommt jetzt von dem zweig hier das wird eine referenzspannung seine rückmeldung wann die spannung auf der sekundärseite passt und das meldet ihr hier zurück und jetzt nehme ich mal an dass hier ein snubber network ist und dass hier die versorgung von dem schaltregler hier ist und vorgesehen waren eben wie vorher angedeutet eben hier noch in stör kondensatoren vielleicht ist es auch so dass in einer variante wilde theorie die aus versehen bestückt waren beide und dann hier mit gehäusekontakt haben hätten können aber selbst dann ist eine y kondensatoren hätte ich das jetzt nicht verstanden ich weiß nicht wie ich auf die idee komme aber ich könnte mir jetzt vorstellen die sekundärseite hat minus 12 volt plus 12 volt ground 5 volt und ground von der größe der dioden her wir gehen heute nicht so ganz ins detail scheint das jetzt hier die mehr belastete seite zu sein und die zwei dioden schätze ich mal da oben werden die plus 12 von mir zwölf volt machen und hier über die referenz wird dann eben eine spannung als referenz genommen auf die wir dann geregelt ich nehme jetzt mal an die die höhe belastet wird tut mir leid isolation nach unten vielleicht also eigentlich jetzt können alle die glänzen die immer alles besser wissen eigentlich also vom gefühl her kommt man hier mit der unterseite auf gehäuse der abstand ist zwar groß genug aber ein nicht abgeschnittener pin reicht natürlich dass das jetzt hier auf gehäuse kommt von meinem gefühl her müsste es doppelt isoliert sein und ich hätte auf jeden fall ein besseres gefühl wenn hier noch eine isolierplatte drin wäre was sagt ihr dazu schreibt es in die kommentare und vergesst mir nicht die glocke zu läuten oder irgendwie so sagen doch die kollegen immer und dann ist die kollegen sagen muss es richtig sein ich hoffe dass ihr auch immer wieder chillt wenn ihr meine videos guckt da haben sie noch einen zweiten connector freigelassen putzig putzig es wird der für doppel aufwerken in das blödsinn der bämbel muss frei sein da seht ihr übrigens wie es auch in meinem video was macht der bämbel also zum entstören von solchen sachen und verriert kann dass ich irgendwo am ende der endcard wenn ich daran denke verlinke die haben jetzt hier die leitung mehrmals da durchgezogen also sie wollten auf jeden fall hf störungen dämpfen und ich vermute dass die störungen von dem display muxer hier in die ganze sektion hier die analogsignale zur fügung stellt dass sie die unterbinden wollten der tm 16 28 ist ein display muxer plus tastatur muxer mit serieller schnittstelle das heißt hier werden auch wirklich hochflankige signal übertragen und der hier ist schon ein erzeugung von störungen das hatte neulich jemand als frage das ist gut dass ihr das fragt weil ich gehe natürlich immer selbstverständlich davon aus dass das jedem klar ist im prinzip alles was steile flanken produziert ist eine störquelle der sendet gegenüber irgendwas und das ist dann im prinzip erst mal die antenne und gut jetzt sehen wir als hier das display wie es angeschlossen ist dass das hier so eine von den üblichen custom in günstig varianten hier sieht man dass es irgendjemand egal war wie die erst angeordnet sind oder ob die jetzt geordnet sind oder nicht da ist noch ein elko unten kondensator also man könnte sagen um die gegentakt störungen zu unterdrücken oder weil der muxer eben steile flanken erzeugt allerdings muss ich sagen wenn da ist der elko hier dann ist der hier mit dem muxer er nur sehr dünn verbunden also unmotiviert weil eigentlich sagt man mal kondensatoren ganz nah an der störquelle das ist er das scheint seine aufgabe zu sein er ist direkt hier an der versorgung er ist ein bisschen weit weg das hier ist der infrarot empfänger quasi noch eine abstimmung reingemacht und da ist nicht so viel drin wie man denkt das ist ja nur ein abstandshalter hier also das eigentlich nur die diode mit einem verstärker drin das ist ein schwemmli vielmehr ist da nicht und natürlich ein paar tasten und natürlich noch eine extra taste für standby und wake up und jetzt bin ich gerade am schauen wo die echt hinführt das interessante die scheint hier zu dem muxer zu führen ground braucht man 5 volt braucht mal wenn sie quadrat c ist braucht man noch zwei datenleitungen ja infrarot müssen sie extra machen fällt weg dann haben sie noch drei leitungen bei spi braucht man data in data out und clock das würde aber heißen dass sie diese taste hier die ein austaste nicht extra hierhin verbunden haben das ding wird also nie so wirklich aus sein also auch schon so soft standby ist es nicht weil er muss immer den muxer hier abfragen um zu wissen ob er einen ausgeschaltet wird okay die meisten zeigen hier eine uhrzeit und so weiter an das ist dann ein nebenprodukt davon aber tiefer vom energieverbrauch kommt man dann nicht mehr hier haben sie wieder so abstandspolzen gemacht und da haben sie noch die busleitungen ein bisschen versucht zu entstören nochmal kurz zum netzteil weil wir haben gesehen das ist ja die stecker belegung hier da ist auch kein rückkanal um da jetzt teile auszuschalten lohnt sich bei so einem kleinen auch nicht bei größeren hat mal da noch ein extra netzteil zur standby versorgung das dann sehr optimiert ist hat man jenes also ich weiß nicht warum diese plastik optik und ist durchsichtig erinnert mich irgendwie an diesen eher schlechten film mit fahrer fortsett und kirk darkness war das saturn city ne wie heißt der wo dieser roboter am schluss letztendlich hinter fahrer fortsett er ist ja ich sag mal so der roboter ist nicht so interessant es hat ziemlich unsympathisch wenn man die richtige größe schraubendreher nimmt dann geht es sehr viel besser und wenn sie auch so schrauben rausdrehen wollen dann bestellen sie doch diese limitierte schraubenzieher serie heute nur im angebot link unten in der video beschreibung sie wissen ja dadurch wird es für sie nicht teurer aber ich werde reichen quizfrage wie viele motoren braucht man für ein cd oder dvd laufwerk naja also je nachdem wie man es mindestens mal drei einer für den den antrieb des laserschlittens einer für den antrieb der scheibe und einer zum raus rein machen gleich anfangen das hier müsste eigentlich müssen die schalter sein für die geber also ob schublade offen oder zu gucken wir gleich mal da ist der mode switch also das war der motor da oben und das ist der mode switch also ich habe es bei video rekordern heißt er so hier scheint es wurscht zu sein weil der hat nur zwei anschlüsse also das hat einfach nur normal die open und dann close nehme ich mal an ich habe etwas witziges basteln daraus also das hier ist der motor für den antrieb hier ist der end schalter dafür und das ist der motor für den gesamt antrieb ich hätte jetzt gedacht dass das irgendein bldc oder sowas wird aber der ist eigentlich auch nur gleich spannungsmäßig verbunden das ist interessant aber ist halt so dass hier ist der anschluss des laser pickups ihr wisst ja everything is better with laser ob ich das ding noch mal zurück schicken kann wenn ich das hier alles wieder zusammengebaut habe hier sieht übrigens die abgleich puttis für die laser einheit da muss ich sagen kenne ich mich nicht aus so ich habe hier ein bisschen gewalt gebraucht weil ihr seht ihr dass hier die linse die ist bewegbar und das passiert normalerweise über den magneten das ist der fokus das kann natürlich ich korrigiere mich das kann links rechts ich habe dann nicht gerade überlegt dass das doch eigentlich die fein spur lage ist das ist neodymagnet der hält schon mal wirklich zackrisch also ist das der neodymagnet hier haben wir die spule jetzt noch mal in etwas größer man sieht eine hauptspule hier unten und jetzt sieht ich sag mal trabanten spulen hier oben und unten also links und rechts und wenn man sich das so anschaut dann hat man freiheitsgrad nach in die tiefe ich vermute das wird eben durch diese hier großflächige spule hier erzeugt und man hat ein freiheitsgrad links rechts das wird nämlich an durch die beiden spulen erzeugt man hat keinen nach oben unten das macht hier diese aufhängung hier und deswegen haben wir auch vier anschlüsse hier 1 2 3 4 für eben diese zwei spulenpaare sehr trickreich sieht ihr das da das ist ein um lenkspiegel hier von der anderen seite sieht er so aus krimmeln raus quasi prisma schön und der lenkt den laser hier war die linse das heißt die laser diode ist hier irgendwo rein verbaut und dürfte hier irgendwo raus strahlen so und da ist er auch hier ist die resivereinheit da ist nämlich noch mal ein bisschen optik drin das wäre jetzt einfacher gewesen als ich gedacht habe so da ist er ja so und da ist er jetzt noch mal in groß ich vermute das ist so eine dreistrahl laser variante man hat hat den laserstrahl aufgeteilt und eben über die abweichung auf verschiedenen sensoren ich erkläre es ein bisschen ins unreine soweit ich mich noch jetzt erinnern kann an den ganzen spaß hat man eben das spur tracking gemacht damit er eben weiß dass er auf der spur bleibt hat so eine art abstands also differenzregelung irgendjemand von euch wird garantiert in den kommentaren richtig schreiben ich werde es dann in den angepfänden kommentar packen ja also spannend das ist eben jetzt optische sensor das habe ich ja gesagt und deswegen ist das ding auch aufwendiger als gedacht während dem gegenüber ja die laser diode mehr oder weniger nur eine diode ist mit einer monitoring diode damit man eben überwachen kann ob der stromverbrauch passt da jetzt einfach mal so der output man kann eben darüber den output regeln macht man eigentlich gerne bei laser dioden weil die eben thermisch ja auch ein runaway haben also sie werden heißer unter strom steigt ja ich habe euch nicht vergessen wir zerlegen den übertrager noch der hatte nur einen kleinen unfall beim auseinanderbauen ja ich war ihm einfach zu stark dürfte ihn jetzt nicht weiter beeinträchtigen also kaputt ist er eh und wir sehen trotzdem noch hier die ausgänge und eins kann ich jetzt schon sagen das ist die sekundär also schutz kleine spannungsseite ist aber wurscht weil alle drähte sind hier noch in der isolation zumindest was den teil hier betrifft also sieht sich sieht so aus wie man sich nicht auf die isolierung der kupferlackträte verlassen zumindest mal nicht beim austritt mal gucken wie weit sie das durchgehalten haben für alle die neu auf dem kanal sind keine zerlegung ist vollständig ohne beißzange nur echt mit diesem rost jetzt habe ich es vergessen zu sagen was wir hier machen ist wir spielen wieder was in zeit aber in gut und auch das wieder viele neu zugänge in letzter zeit was in zeit ist einer meiner lieblings hass kanäle die auch sachen sinnlos zerstören aber so auch wie ich keine ahnung haben klar logisch geht es ja allen so aber die sie auch keine mühe geben hier irgendwie zu zeigen was die sache ich wirklich tun also eine verstörung verstörung das ist dann euer problem reine zerstörung das ist jetzt nicht so das wahre aber zerstörung mit ein bisschen kontext und wenigstens den eindruck erwecken als wenn man experte wäre das macht man ja in der medienwelt so das ist schon ein bisschen schwieriger und jetzt ist mir die zange heruntergeflogen war also da haben sie eine gesparte das könnte man fast aufheben ersparte jetzt sagen das ist doch nur gut das ist ihr band also da geht es erst einmal ein draht und der ist wirklich hier noch doppelt bis er an seiner destination angekommen ist sieht man bei billig netzteilen nicht das sieht nach einer hilfswicklung aus was macht die hilfswicklung die hilft kommt darauf an also manchmal dienste auf der primären seite der versorgung eben des schaltreglers manchmal auch als stromsensor wenn es keine rückmeldung gibt aber das führt jetzt ein bisschen arg weit ich werde mir übrigens heute noch den august über entstörung sparen weil das video ist schon lang geworden und schon viel zu lang wir machen mal einfach ein entstör video extra das ergänzt dann das bämbel video schreibt es mal in die kommentare wenn ihr das haben wollt was haben sie denn da gemacht ist ein hraef verloren also gummibantel ok das hält den ganzen spaß zusammen habe ich noch nie erlebt also das auf jeden fall mehr als sonst weil manche können sich da nur eine wicklung oder vielleicht mal zwei und hier sehen wir wieder schön gemacht da können sich keine leiterbahnen gegenseitig berühren also keine fädeldrähte ist weil das ist ja echte kritische phase wenn die jetzt hier hier aneinander vorbeischrammen kann aber eh nicht passieren weil sie die windungen von der innenseite her gefüllt haben als am rand ist da gar nichts was gegenseitig sich berühren könnte noch mal irgendwie so eine hinswicklung da waren es irgendwie zwei wicklungen wohl haben sie zwei wohl zusammengefasst aber immer noch so dass es safe ist das ist echt gar kein band das ist irgendein kleber der aufgetragen wird also in der neuzeit also seitdem ich jetzt die übertragen regelmäßig zerlege ist das einer der richtig guten das ist die sekundärseite das sind dicke und es sind vier parallel also das stichwort skin effekt und so weiter und es ist auch effektiver vier einzelne zu nehmen als eine dicke also darauf fließen die großen ströme jetzt können wir aufhören weil jetzt kommt die primär wicklung da müssten die meisten umdrehungen drin sein und die ist auf jeden fall heiß hot aber auch hier sieht man ja die zu leitung und die andere abgerissen die ist schön isoliert ich brauche uns jetzt dann immer viel isolieren weil da kommt nichts mehr so das ist jetzt nicht der mannisch hat aber da kommt nichts mehr was soll ich sagen zusammenfassung jetzt haben schon wieder einige die kommentare geschrieben dass es eine sinnlose zerstörungs origen ist ist es total recht wäre es eher einer der player gewesen so von der netzteilversorgung her und so weiter bei dem man eine gewisse überlegung unterstellen könnte natürlich kann jetzt nichts über die analogen sektionen und so weiter sagen das ist klar ja dann bis zur nächsten sinnvollen professionellen zerlegerei demnächst hier auf diesem kanal und benutzt die links unten in der video beschreibung wisst ihr damit ich reich werde